... seitlichen Begriffen der Ökologie und des Leitetreters gearbeitet werden. Das ist das ein Geschehen, wie original damals in den Spiegel. Daher als Forte-Josperati dafür gesorgt hat, dass im Endeffekt das auch die Ökologie auszahlen wird. ... sehr aufwendig von der Standhaltung und wenn man dann merkt, oben gar rattet, ... ein Blick auf den Leitze des Hohenbruchs. ... vor allem in der Leitze des Börses, die der St. Räufsee ist ein Ziel. ... so zur Leitze des Börses, die der Dachs- und Leitze des Börses ... ... so ist das Börses, der 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 Steine des Börses, der 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 St. Räufsee ... ... so ist das Börses und der der St. Räufsee nachdem, was da die Körsesstelle und die Körsesstelle ... ... so ist das Börsen der St. Räufsee. Es kitzeln die Fahrer aus dem Lotus, das klingt einfach komisch. Wie du gerade schon gesagt hast, das ist auch in diesem Fall bei dieser Rennsiegeräte, die Sonnenaufgabe ganz schön zu tun, weil ganz, ganz schön zu sehen, wie wir hier bei der Vorschau-Klein-Stolling sehen. Das mag natürlich einmal natürlich mit dem Zeitpunkt im Jahr zu tun haben, dass es jetzt quasi dann anfängt mit der Rennsaison, wo man schon noch besser was betaufen kann. Zum anderen aber auch, weil der Hotline-Brick einfach ein toller Name ist. Ich muss mal sagen, dass die Ansprüche der Fans dieses Jahr hoch sein dürften, denn die Saison 2017 war beim Lotus-Klein-Stolling-Stolling-Stolling-Stolling-Stolling. Die Saison 2018 Die Saison 2018 Das war's für heute. Und um das auch kurz heute nochmal klarzustellen, wir haben jetzt hier bei diesen Starter-Felden zum Beispiel kein Fahrzeug, der überhaupt noch in den 60er Jahren kommt, wir reichen vom Baujahr 63 bis noch. Das ist ein ganz wichtiger Name, das ist ein ganz wichtiger Name, das ist ein ganz wichtiger Name. Und geradeaus, das ist ein bisschen genau im Auto behält. Ja. Das ist ein ganz wichtiger Name, das ist ein ganz wichtiger Name, das ist ein ganz wichtiger Name. Ich hab ja, wenn sich schon mal jemand von Ihnen wie die Rührein vom Einzelhandel schon haben, die 1,6 Meter verschaffen werden, dann werden Sie schon mal ein Schichtspieler natürlich an dem Herzen verlochen.